Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Republic, Commander. Wir sind auf Geonosis noch immer. Wir müssen ganz liebevoll hier uns jetzt aufteilen, weil wir so möglichst... Okay, Sir, es geht los. Viel Glück. Viel Glück. Möglichst viele Dinge zerstören können. Die ganze Anfrage hier nochmal in die Luft trauen können. Infiltration of the Core Ship. Genau, das Kernschiff. Das Kernschiff muss jetzt bearbeitet werden. An Baut des Kernschiffs haben sie zwei neue Einsatzziele. Ihr Primärziel ist der Download der Startcodes auf der Brücke des Schiffs. Mit den Codes können wir die Evakuierung der Druidenarmee stoppen. Ihr Sekundärziel ist die permanente Deaktivierung des Kernschiffs. Auf dem Weg zur Brücke wird jeder vom Delta-Team einige kritische Systeme des Schiffs sabotieren. Dieser Aufzug bringt sie in das Kampfdroidenmagazin. Brücken sie zum Kontrollrapport und deaktivieren sie die Systeme des Magazins. Sobald sie den Droidenlader deaktiviert haben, stoßen sie zu ihrem Team und rücken zur Brücke vor. Wir zählen auf sie 3-8. Viel Glück, Berater Ende. In Ordnung. Alleine gegen die ganzen Droiden. Ha, die haben keine Chance. Was? Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ist nicht so einfach, meine Lieben. Die Droiden sind in Bereitschaft. Ich wäre besser vorsichtig, sie nicht zu alarmieren. Welcher? 07 hier. Nähere mich meinem Ziel. Bis jetzt keine Droiden. 4-0 hier. Ich habe hier ein kleines Droiden-Programm. Hört bitte mehr. Hä? Ich glaube, das Delta-Team wurde ausgelöscht. Was war denn das gerade? Ich komme rein. Zack, tot. Was? Hä? Alleine gegen die ganzen Droiden. Ha, die haben keine Chance. Okay, nochmal. Was? Das war ja jetzt gerade ein totaler Fail. Die Droiden sind in Bereitschaft. Ich wäre besser vorsichtig, sie nicht zu alarmieren. Ich würde als allererstes den... 07 hier. Nähere mich meinem Ziel. Bis jetzt keine Droiden. Oh, 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 oh. Kein Wunder. 4-0 hier. Ich habe hier ein kleines Droiden-Problem. Shit. Das dumme Ding da oben. Ich muss mich irgendwie drum kümmern. Jetzt habe ich ihn, oder? Jetzt habe ich ihn. Oh, diese Droiden, Alter. Das könnte mir noch... 4-0-7. Ich bin im Kontrollraum des Repulsor-Lifts und hacke mich jetzt in das System. Okay. Deal. Nachladen. Jetzt sind sie wach. 4-0. Rücke jetzt zur primären Stromleitung vor. Alles klar. Oh nein. Das ist wieder so einer. Team, der Feind weiß jetzt, dass wir hier sind. Haltet die Augen offen. Oh, shitty. Ei, ei, ei. Der muss... Der muss mich just in dem Moment nachladen. Warum bekomme ich Schaden? Oh. What the fuck? Über mir. Oh, man merkt diese dummen Dinger nicht. Ich heim mich als allererstes. Es gibt die hier. Boah. Tue ich direkt einen draufhauen. Hallo. Wirf das Ding. Danke. So. Okay, ich hab mich gerade angestellt. Ich hab mich gerade echt angestellt. Okay, aber jetzt... Das mit dem Mausrad ist verwirrend. 3 ist das. Jetzt 2 ist die hier. 4 können wir gerade nicht nehmen. Ist okay. Meine Güte. 6-2 hier. Ich bin jetzt am Einlassventil für das Kühlmittel. Das ist unser... Oh nein, das ist die Auslassöffnung. Oh nein. 6-2, könntest du die Klappe halten, bis du was Wichtiges zu sagen hast? 4-4-0, hecke jetzt die primäre Energieversorgung. Ich wollte gerade sagen, wir haben... Damit können wir halt Leute auch... Also so Droiden ganz leicht betäuben. 4-6-2, ich habe das Einlassventil für das Kühlmittel gefunden. Platziere jetzt die Sprengsätze. Das gefällt mir gar nicht. Shitty. Also die Eurosianer und die Föderation machen gemeinsam... Weg mit dir. Ich bin im Kontrollraum des Ladeblocks. Roger, 3-8. Ich lade einen Protokoll vom Hoch, der ihre Laderoutinen aus der Gefängnisitze. Finden Sie ein Terminal und hacken Sie sich hinein. Roger. Roger, roger. Natürlich ist die Hitbox größer als das Gerät selbst. Meine Güte. So, hin. Abmarsch. Wir finden unsere Teammitglieder nach und nach. Zack, 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 zack. Der tippt irgendwie. Immer mit dem gleichen Takt. Guter Takt. Okay. Ich glaube, hier bin ich richtig. Okay, Team. Sekundär Ziele erreicht. Wir treffen uns auf Sub-Ebene 1-157. Alles klar, Boss. Ja, Sir. Alles klar. Oh, oh. Auf Sub-Ebene 1-157. Also Zwischenstock in dem Fall. Uh, ist der schnell. Andere Seite. Wir waren große Klasse auf dem Schiff. Kurz mal gucken. Nee. Ich habe hier ein kleines Problem. Oh. Wir werden angegriffen, Sir. Es gibt hier ein Droiden-Problem, Boss. Stirb, du kleine Schreuthaufen. 3-8. 3-8. What the fuck? Ich glaube nicht, dass der Geld nicht darüber ausgelöst hat. Dad, mich instant gekillt. Vorsicht. Habe ich, habe ich kein Schild mehr gehabt? Oh, Junge. Okay, nochmal. Das gibt es ja gar nicht. Zumal meine Granate hat die noch nicht mehr getroffen. Aber gut ist, ich habe die wahrscheinlich zu weit geworfen. Alter. Wir waren große Klasse auf dem Schiff. Wir gehen ja kaputt. Ich habe hier ein kleines Problem. Wir werden angegriffen, Sir. Es gibt hier ein Droiden-Problem, Boss. Stirb, du kleiner Schreuthaufen. Die Handelsföderation ist wohl nicht sehr glücklich darüber, dass wir hier sind. Vorsicht, Deltras. Wir haben das Schiff ziemlich zugerichtet. Das gefällt Ihnen nicht. So wie die Droiden sich aufführen, könnte man meinen, wir sind hier nicht willkommen. Haltet Sie einfach in Schach. Keine Heldentaten. Wenn wir wieder zusammentreffen, schlagen wir uns zur Brücke vor und verschwinden von diesem Monster. Roger. Alles klar, Boss. Verstanden. Da steht halt noch einer auf. Hey, Kumpel. Komm mal näher. Oh shit. Da steht ja noch einer. Das wäre nicht so, dass einer erreichen würde. Ich muss halt versuchen, seine Brustrüstung wegzuschießen und dann diesen Fleck einmal anständig zu treffen. Dann sind wir nämlich instant tot. Ihr seht's. Das geht schon. Man muss nur wissen, wie. Und der lebt dann halt noch, ne? Treffen kann er uns nicht. Oh ja, den hat's erwischt. Den geht's nicht mehr so gut. Vorsicht. Ich muss das hier aktivieren und dann uns... So wie der da. Oh, shitty. Uh. Genau. Voll die ganze Zeit auf dieses Herz drauf, quasi. Was übrigens eine ganz coole Sache findet. Oh. Oh, schnell rein. Weg hier. Ich hoffe, wir kommen raus. Alter, diese Musik ist so geil. Breaking the Giant. Round the roof squad. Scanner zeigt nicht an. Optische Scan negativ. Wir sind gegangen und sind gleich erschlagen worden. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Oh nein. Oh nein. Das geht ja. Also ich muss hier verstecken, wenn man eine Granate hat. Klappt das alles. Boah. Das sind ja nur einfach... Oh, guck mal. Das ist unser Kumpel schon. Droide Kass. Ich kümmere mich darum, Sir. Oh, shit. Gute Arbeit, 07. Entdeckung. Sie kommen zurück. Ja, das ist nicht so gut. Ich hasse drüben Kass. Dafür brauchen wir die EMP-Dinger. Danke für die Hilfe, Sir. Ja, das ist auch in meinem Interesse gewesen. Glaub mal. Steck das? Ah, das ist... Macht die bis in der Blinder. Ähm. Die passen hier besser hin. Oh, shit. Dröde Kass. Wir sitzen in der Fahnen. Das da unten sind Fixer und 6-2. Boah. Shit. Ah, der ist schon. Hab ich nicht gesehen. Schön Sie zu sehen, Sir. Wir hatten Sie schon vermisst. Oh, ist so. Sekundär Ziele erreicht. Warte auf weitere Befehle. Gute Arbeit, 3-8. Irgendwo auf dieser Ebene muss eine Fanatestation sein. Von dort führt ein Aufzug direkt zur Brücke. Roger. An die Arbeit, Deltas. Abfahrt. Der trifft den. Deswegen haben wir den, die noch. Warte, warte, warte. Oh, voll. Alles drauf, was ihr habt. Okay. Wenn man einen Sniper kommt, hat, dann geht das. Gehen Sie in Position, Deltan. Bin unterwegs. Ja, Sir. Und schön stehen bleiben. Was ist das? Ein Droidenträger 07. Dust beim nächsten Mal den Einsatzbefehl. Boss, eine kleine Sprengladung. Müsst du das Problem lösen? Gehen. Äh, geben dir Deckung. Ich brauche Deckung. Boah, diese Erschütterungen sind schon geil gemacht. Drei Achter hat ins Schwarze getrunken. Eine Invexion. Sprengsätze sind scharf. Weg. Was ist der Letzte? Offensichtlich begegnen uns nicht noch mehr von den Dingern. Boah. Brechen Sie die Tür auf. Offensichtlich gereischt. Wie aus dem Lehrbuch. Platziere Sprengsatz. Gesichert. 4-0. Defensivsektor. Das war doof. Tür okay. Schaffschützen schallt. Einnehmen, Kommando. Mache Waffe bereit. Wo wir wohnen. Ziel eliminieren. Haut den weg. Aula ist umhin. Sollten wir hinbekommen, oder? Treppe bestätigt. Zum Glück gibt es überall Bagdad-Tanks. Feindliche Droiden gesichtet. Wir sind Bugs-Deltas. Böse Palko von Rotten. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Oh, Scheiße. Wir brauchen da einen. Oh, ein Greifer eliminiert. Geben Sie in Position, Delta. Sie spielen nicht so die große Rolle. Panzerbrecher. Auf Ihren Posten. Los. Ich schätze, wir müssen durch die Tür da. Hier muss irgendwo eine Steuerkonsole sein. An die Arbeit, Deltas. Vielleicht. Manöverabbrechen, Delta. Sie. Bacta, jetzt. Bin schon unterwegs. Ich hole mir sowas auf. Tut das gut. Boah. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Die haben keine Chance gegen mich. 07 ist einsatzbereit. Boah, das wird jetzt ein bisschen happig. Ich sehe es schon kommen. Alles mitnehmen, was geht. Wir werden wahrscheinlich dann noch weitere strömmen müssen. Was denn? Manöverabbrechen, Delta. Wir brechen auf. Wo ist der letzte? Wer backt da rum? Position ändern, Delta. Backt der da hinten rum? Ist nicht dein Ernst. Jetzt packt einer von denen rum. Von hier haben wir freies Schussfeld. Der gehört mir. In Position. Panzerbrecher, auf ihren Posten. Los. Wir müssen das irgendwann so machen. Wir warten, Sie Gesellschaft 3-8. Oh, ja. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Ja, Herr. Wenn er kann, dann macht er das ja. Dann erledigen wir endlich wieder jemanden. Der hat mich schon gewundert. Wir haben einen Panzerbrecher dabei. Aua. 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 Kannst du mich um den Haio da hinten kümmern? Danke. Danke. Ich muss mich direkt heilen. Glaubst du gar nicht, ne? Diese Waffe ist so OP. Aber gut, die ist auch lahm. Also man kann sehen, wohin die schießen. Und man kann sie auch selber sammeln. Hallo. Spinnendroide. 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 Aua. Ich muss mich hier gestecken jetzt erstmal. Alter. Einer muss halt auf den draufballern, ne? Ich dachte, wir würden halt erst mal. Ich hoffe, der kann mich heilen währenddessen. Ich habe hier einen Spinnendroiden. Ja, mach Sachen. Ich auch. Panzerbrecher, auf Ihren Posten. Los. Gehe in Position. Panzerbrecher sind da besser. Sind da gut auf sich aufgehoben. Hey, Kumpel. Oh, nö. So nah dran und sofort tot. Danke. Ähm. Wir werden gerade angepumst. Perfekte Schuttkamera. Das war realistischer als die Simulation. Besorge Bacta. Braucht noch einer. Auf keinen Fall Team Leader. Hä, war es auf keinen Fall. Heilen Sie sich, Delta. Bitte unterwegs. Gehe in Deckung. Erwarte Befehle. Okay. Bewegung. Gehe in Messer. Wir gehen weiter. Ohne unseren Kumpel. Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Natürlich, Sir. Ich hoffe, das geht ohne ihn. Warten Sie noch. Roger, ich breche ab. Zum Glück kann man immer eine Sache machen. Dann gehen wir halt leise rein. Dumm, Alter. Noch ein paar Sekunden. Ist halt einfach unser anderer. 62 ist nicht da. Tür gehackt. Es kann losgehen. Droiden. Moin. Oh. Ich versuche ihn zu töten. Direkt. Rein her. Ist noch einer. Das müsste der Aufzug zur Brücke sein. Okay. Ziel eliminieren. Er wird natürlich fest schießen auf uns. Der ist fast tot. Komm, 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 komm. Lass mich raten. Jetzt ist auch noch der Rest da hängen geblieben. Oh Gott. Jetzt ist er weg. Okay. Danach sind wir endlich zusammen wieder. Abfahrt. Oh oh. Oh, es geht trotzdem. Oh, es geht trotzdem. Also zu dritt sind. Okay. Alle wieder da. Fünf Minuten. Sofort evakuieren. Ist nicht so gut. Droiden. Feuer frei. Allnoide weniger. Gegner am Boden. Seid euch. Wir hören keine Droidikas entgegenhüpfen. Ist alles da. Delta Team befindet sich auf Sub-Ebene 0, 0, 0, 1. Konter Arbeitseier. Finden Sie jetzt die Brücke und besorgen Sie die Codes. Roger. Bewegung, Delta. Das Schiff ist gleich Geschichte. Muss nachladen. Haut drauf. Tifer bestätigt. Und die Secretär beeinträchtigt. Sofort evakuieren. Alle da. Nicht, dass mir keiner wieder da hinten irgendwo hängen bleibt. Okay. Los, los. Heilen Sie sich Delta. Ja, Sir. Bin unterwegs. Heilen, heilen, heilen. Alle heilen. Ist egal wie. Und ich habe vorgelegt. Ich fühle mich wieder gut. Wir haben alle gute Vitaldaten, Sir. Ich nicht. Ja gut, ich habe auch gute Vitaldaten, aber ich bin nicht. Ausfall der kritischen Systeme in vier Minuten. Erinnert mich nächstes Mal dran, vom Schiff zu verschwinden, bevor wir es zerstören. Moment. Ich habe da noch was für gekriegt. Wie war das? Da hatte ich noch was für gekriegt. Vom letzten Mal. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Nein, nein, nein. Nicht, nicht. Delta 3.8 ist gefallen. Ich wollte euch das Kommando. Genau deswegen habe ich einen von euch gebraucht. Doch. War mir ein Vergnügen. Ich habe auszusehen ein falsches Kommando gegeben, muss ich mich aufs Kommando konzentrieren. Wirkung der Stabilisatoren. Systemausfall wahrscheinlich. Boah. Wir haben hier nur noch erledigt. Zerstören diesen Droheden. Hilfen Sie ihm, Delta. Hilfen Sie ihm, Delta. Sie helfen 4.0. Nein, der stellt sich natürlich direkt in meinen Weg. Ich bin nicht losbereit. Ähm, da. Und ihr macht da was? Ich lade nach. Nachlade. Was war das denn gerade? Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Der hat eine Kuffelparty gemacht. Ich lade in drei Minuten. Oh Gott. Platziere Sprengsatz. Rein da. Alles gesichert. Deckung, Granate. Sprengung, Schrengung, 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 Schrengung. Du Vollidiot. Immer wenn man nicht... Ich hoffe, immer wenn man irgendwas reinwerfen will. Immer da. Ja, jetzt sind wir die einzigen, du Held. Er wird rein. In der Zwischenzeit kann ich einen hallen. Au, 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 au. Ich bin zwar dauernd, aber wir haben auch keinen starken Typen hier mehr. Oh, oh Mann. Schade, dass man den nicht sagen kann. Ey, bleib da, bleib da, bleib da. Au, 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 au. Bin Kampf bereit. Okay Leute, wir sind... Ich dachte, das wäre einfacher. Treffer. Und sein Gesichtler. Konzentriert euer Feuer auf ihn. Alle. Er hat nicht mehr so viel... Weißt du, die stehen vor dir. Als ob nix wär. Durchhalten, Deltas, wir sind gleich da. Oh Gott. Die Brücke müsste hinter dieser Tür sein. Können wir uns hier irgendwie hallen? Ja. Heilen Sie sich, Delta. Roger. Hole Bacta. Danke. Halt euch bitte alle einmal durch. Ich krieg sonst nen Herzinfarkt. Bacta, eingelogen. So, ich heil mich auch mal erstmal. Bevor er dann irgendwo wieder rein rennt. Teilen Sie sich, Delta. Ja. Ausfall der Kreativsysteme in einer Minute. Es sind alle down gewesen. Das ist irgendwie so bitter, oder? Oh Mann. Wenn wir das wissen. Sie, Bacta, jetzt. Anstatt irgendwie an der Tür zu bleiben oder so, rennen sie halt alle immer rein. Grundsätzlich. Ich gehe Deckung. Ah, viel besser. Tür aufbrechen, los. Ich frage jetzt dann. Platziere Sprengsatz. Alles gesichert. Achtung, Granate. Der ist Länge. Fremdliche Druiden entdeckt. Volltreffer. Warum das dumme Ding? Ich bin bereit, der kritische Systeme in 30 Sekunden. Präzisionsschuss vorbereiten. Wir müssen uns beeilen. Los, Deltas. Schnappen wir uns die Codes und dann nichts weg. Ich bin bereit, der Kreativsysteme in 30 Sekunden. Ich hoffe, wir... Ich bin bereit, der Kreativsysteme in 20 Sekunden. Oh Gott. Schaffen wir das? Oder haben wir zu lange gebraucht mit den einzelnen Leuten? Sie eliminieren. Ausfall der kritischen Systeme in 10. Bringen wir hier eine Falle an. Achter. Sieben. Boom. Sechs. Darfst auch gerne hier hin. Da und da. Oh Leute. Ich mache so schnell ich kann, Sir. Geht das Level da noch flöten oder wie ist das? Hab ich... Hier, komm. Abfahrt. Wir machen sie alle Deltateam. Ich glaube, wir haben das Deltateam. Okay, ich glaube, das ist das Problem. Wir müssen schnell genug sein. Ich würde aber sagen, wir machen den Rest in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.